Servus zusammen, hier gibt es heute mal eine kleine Analyse über Tesla. Da musste ich mich echt zu durchringen, weil ich mag Tesla an sich nicht so. Das liegt aber nicht an der Aktie, sondern das liegt an dem Chef. Der gute Elon, der polarisiert ja und ich halte ihn für einen Visionär, der hat seine Vision ziemlich gut umgesetzt, finde ich ganz klasse, aber irgendwie die letzte Geschichte mit dem Dogecoin, jetzt auch mit Twitter, irgendwie lässt mich manchmal zweifeln, ob der echt noch alle Schrauben festgezogen hat. Ich finde es ganz, ganz schwierig zu bewerten, aber nochmal, er ist ein Visionär, er hat es umgesetzt und das hat er ganz toll gemacht. Ob er jetzt der reichste Mann der Welt ist oder nicht, ist mir persönlich egal. Er muss, ich weiß nicht, mir fehlt manchmal einfach die Seriosität, sagen wir es mal so. Nichtsdestotrotz, Tesla wird von vielen beobachtet, deswegen habe ich es jetzt hier mal reingenommen. Eine Sache vorweg, das hier ist die Tesla-Aktionärstruktur. Also, ich habe unterschiedliche Zahlen gefunden zum Freefloat, zwischen 63% und 83%. Er selbst scheint noch, wenn diese Zahl, ich kann jetzt nicht genau sagen, von wann die ist, wenn diese Zahl stimmt, noch mit 15% beteiligt. Dann kommt halt hier so Vanguard mit 6, ich runde leicht, ja. Und das geht dann hier runter. Die gute Katie Woods, die hat auch neulich mal wieder 132.000 Aktien gekauft und hat das dann auch überall verkündet. Tja, hoffentlich verrennen sich die Leute nicht dabei, aber diese hier bleiben ihm treu. Das muss ich schon wirklich sagen, wenn man schaut, Vanguard einmal, zweimal, dreimal, viermal. Ja, und das sind zusammen, das sind 6, das sind 8,5, das sind 10,5, 11,5, das sind bei 12,3%. Das ist eine Menge, was sie da haben. Jetzt hat Tesla extrem gelitten. Das hier ist der Monatschart. Und deswegen, das war die erste Idee, die ich hatte, den zeige ich mal. Wir sind auf Monatssicht her, das ist ein logarithmischer Chart, also hier kommen wir jetzt, jetzt müsst ihr die ganzen Splits und so damit reinbeziehen, von 2019 von 11,78 hoch auf 414. Das ist natürlich gigantisch, ja, das ist Weltklasse. Und wie gesagt, das ist ein logarithmischer Chart und wir haben hier aufgesetzt, das werden wir in der Woche und im Tag gleich auch sehen, ziemlich genau auf dem 61er Tracement. Von dieser Bewegung haben wir also 61% nachgelegt, wir sind von 11,78 auf 414, wie gesagt, gestiegen und haben jetzt, und das ist für mich sehr wichtig, auf den Punkt aufgesetzt mit 165,69, das ist eben dieses 61er Retracement, ist aber auch das untere Monatsband. Also das sind schon mal zwei Punkte und es ist, den werden wir gleich auch wieder sehen, ein Chartpunkt kommt hier vom 1. Juli 2020, einmal, zweimal. Dann sind wir durch und schon ging es hoch. Also das ist auf Monatssicht sehr interessant, auf Monatssicht sind wir, das kann auch nicht anders sein, weiter negativen MACD und bereits, und das ist wichtig, im Überverkaufen-Bereich über die Stochastik. Ich zeige euch jetzt mal die Woche, die ist nämlich auch nicht uninteressant. Die Woche gilt, ich fange ja Technik an, als völlig überverkauft und zwar schon seit, wann ist denn das hier? Das ist 17. Na ja, eigentlich seit hier schon überverkauft, das ist der 3.10.2022, die Woche vom 3.10. Gilt sie als überverkauft. Wir sind mehr oder weniger neutral über das MACD. Hier, jetzt weist mal ein bisschen näher ran, das sind natürlich die gleichen FIBO-Zahlen, also 165,69, das ist das 61er, aber hier kommt auch die 200-Wochen-Linie unterstützend hinzu, bei 162,37. Und hier hinten ist die Chart-Unterstützung, ehemaliger Widerstand von dieser Bewegung hier, die wir hatten vom 16.03.2020 hoch bis zum 31.08.2020. Das war eine fette Bewegung. Jetzt ist es so, das ist also die 200-Wochen-Linie, ist auch eine weitere Unterstützung im Bereich 165. Ganz klassischer Downtrend, ja, tief, tieferes hoch, tieferes tief, tieferes hoch, tieferes tief. Ich habe den Eindruck, wenn ich das hier so alles sehe, der Wert hat mal kurzfristig seine Tiefs erreicht. Jetzt gehen wir auf den Tag, der ist nämlich auch ganz interessant. Wir bleiben mit den FIBOs, so wie es da ist. Wir haben das untere Band gesehen. Beide Bänder sind ein bisschen aufgegangen, wobei das obere nicht so besonders viel, aber es neigt bereits sein Haupt. Und das ist ja immer das, was ich sage, wir kommen hier von 235 runter auf die 165. Und ich glaube, dass wir erstmal einen Widerstand haben bei 201, aber der kann durchaus genommen werden. Wenn das gesamte Börsenumfeld nicht nennenswert schlechter wird, kann das durchaus mal hier über die 20-Tage-Linie gehen. Ich meine zumindest hier einen Boden zu erkennen vor dem Hintergrund der Technik. Der Blick hier auch nochmal, der Blick hier auf die Chart-Unterstützung, ehemaliger Widerstand, jetzt Chart-Unterstützung vom 2.09.2020. Tesla, wie gesagt, polarisiert. Durch die ganzen Splits und so ist es natürlich optisch billiger geworden. Ich höre nur immer was von Rückrufaktionen. Ich kenne, weiß nicht, vielleicht 20 Leute, die so ein Auto fahren. Ich habe mit einigen von denen gesprochen. Und, wie sieht es denn aus? Also, wir haben Probleme mit mechanischen Teilen, sei das jetzt Bremsen oder Lager oder was auch immer. Also, die Qualität des Autos ist nicht zu vergleichen, jetzt zum Beispiel mit, was weiß ich, Daimler oder VW. Ich kann das selbst nicht beurteilen. Ich habe keinen, ich glaube auch nicht, dass wir jemals einen kaufen werden. Mir gefallen die einfach optisch nicht. Also, das ist nicht mein Ding. Ich habe da einen anderen Geschmack an Auto. Aber deswegen sollen wir ja nicht unbedingt das verteufeln. Tesla war mal wert 1,3 Billionen. Die waren größer als die fünf größten oder sechs größten Autofirmen der Welt. Das war beim Kurs von 414. Und jetzt haben sie noch eine Bewertung von, ich glaube, 600 Milliarden. Können wir gleich mal schauen. Ja, 587 Milliarden Dollar. Das ist übrigens auch der Dollar-Chart, falls sich einer fragt. 587 Milliarden Dollar. Nehmen wir zum Vergleich. Daimler und VW liegen so rund bei 68 Milliarden und eine BMW bei 55 Milliarden. Ich finde, dass die, sagen wir mal, traditionellen Autofirmen, die holen auf. Deswegen ist jetzt Tesla für mich kein Wert, der jetzt, also jetzt irgendwo wieder in Richtung 414 geht. Aber ich denke, dass wir kurzfristig hier einen Boden erreicht haben und rechne eigentlich eher damit, dass wir so den Bereich 213, 220, dass wir da kurzfristig mal wieder hingehen. Für einen solchen Fall, wenn meine Annahme richtig ist, habe ich folgende Scheine mitgebracht. Nur Calls, keine Putz, klar. Mal gucken, ob ich das größer kriege. Einmal einen, der hat einen kleinen Hebel, 155,21. Da sind wir ungefähr hier unter dem unteren Band. Das ist ein 6er Hebel von der Citibank. Das ist die KG9 WRU. Und gleich daneben genannt, ein Hebel 8, das ist von Goldman, mit 164,70. Das ist die GZ3 LAS. Ich, wie gesagt, aus technischer Sicht, muss ich sagen, die haben einen Boden erreicht und sollten mal so einfach mal den Boden nehmen als Sprungbrett, um durchaus über die 200 zu gehen. Dennoch muss man damit rechnen, wenn der gute Elon wieder abends in seinem Whirlpool sitzt, in der linken Hand ein Whisky, in der rechten Hand eine Zigarre oder ein Joint. Ja, das macht er ja auch ganz gern. Und womit auch immer er dann twittert, der wird weiter twittern. Und da muss man halt immer drauf gefasst sein. Ich habe mir die Optionsscheine angeschaut. Die sind auf 9-Monats-Sicht am Geld, haben die eine Volatilität von 66. Ich kann sowas nicht kaufen. Ich kann das nicht. Das ist mir einfach zu hoch. Aber das ist seit Tesla schon seit Jahren so. Das bleibt auch erstmal so hoch. Dennoch, ich kann das nicht kaufen. Weil wenn die mal zurückgeht von 66 auf, sagen wir mal, 50, 52, dann kann ich noch so richtig liegen in der Aktie. Da kriege ich eins in die Fresse. Sorry, es ist so, ich kann das nicht machen. Deswegen hier in diesem Zusammenhang mal die K.O.-Scheine genannt. Und wenn ich ein Investment mache in irgendwas, K.O.-Schein, irgendeine Aktie, dann habe ich dafür immer einen bestimmten Betrag. Ich würde niemals diesen gleichen Betrag einsetzen für Tesla. Tesla ist ein Zock. Das ist ein Bitchstock. Da würde ich höchstens, sagen wir mal, maximal die Hälfte dessen machen, was ich normalerweise einsetze. Aber es bleibt vor dem Hintergrund des Chefs immer ein Spielball seiner Emotionen, sagen wir es mal so, um es vorsichtig auszudrücken. Nochmal, ich mag ihn. Ich finde ihn ganz witzig. Es ist ein Visionär. Der hat sein Zeug umgesetzt. Aber irgendwie, das gab es ja mit Howard Hughes, ja, irgendwann dreht er durch. Und ich weiß nicht, ob das jetzt schon so weit ist, aber ich kann ihn einfach so nicht ernst nehmen als Geschäftsvermonte. Ich kann es nicht. Aber gut, ich überlasse es jedem selbst. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.